Wir ziehen den ab, wir pissen ihn mir in die Fresse und der Typ checkt das noch nicht mal. Geil. Und was soll das bringen, Digga? Respekt. Wenn du der Beste sein willst, dann musst du Respekt kriegen. Und wenn du Respekt kriegen willst, dann darfst du keinen anderen Respekt zeigen. Wenn du keinen anderen Respekt zeigst, dann denken die Leute irgendwann, Mann, du hast den Respekt erfunden, Alter.